Moini Leute, willkommen zurück bei den Fast World Blows. Ich mache hier mal mein Visier zu, es ist ein wenig windig. Heute geht es um mein neues Auto. Ich habe mir einen Sommerwagen gekauft, in der Motorradsaison angemeldet, selbstverständlich für das beste Wetter ausschließlich. Ein Polo GT und dieses Auto möchte ich euch heute zeigen. Und mit euch heute eine Probefahrt damit machen, weil es macht verdammt viel Spaß. 17 Zoll Originalfelgen, Bi-Cenon-Scheinwerfer. Wir haben auch hier nochmal GT stehen, wichtig und richtig. Wir haben eine andere Stoßstange, Spiegel in schwarz lackiert, verlängerten Spoiler zusammen mit dem Spoiler-Ding an der Seite. Grau im Leder und blau im Alcantara, also wunderschön. Die Türverkleidung mit Leder und mit Chrom-Details. Und das Ganze finden wir natürlich vorne auch wieder. Graus Leder mit blauem Alcantara, eine Menge Klavierlack. Wir haben auch hier wieder überall unsere Chrom-Details, genauso wie da an der Tür auch. Ja, Lenkrad und so, ne? Ihr wisst, ihr wisst, ihr aber, ihr wisst, ihr wisst es doch alle, Junge. Hier, ihr wisst es doch alle. So, ja, mal kommen, zack, Motorhaube auf hier. Nicht lange labern. Da haben wir einen 1,4 Liter. Also, nicht der Luftfitterkasten, sondern da 1,4 Liter Hubraum. Vierzylinder, mit Zylinderabschaltung, wenn man so entspannt fährt. Dann fährt man nur auf zwei Pötten, aber das merkt man nicht, wenn man da fährt. Also, alles super entspannt. 150 PS. Wir fahren hier 150 PS, versteht ihr das? In einem Polo. 150 PS in einem Polo. Dieses Auto, wie Klärgewicht, 1200 Kilo. Aua, scheiß Säule. Ach so, Säulen und alles und so. In schwarz natürlich, damit es auch schicker aussieht. Aber wir haben das Golf-Sportlenkrad vom Golf 7. Der ist auf der Basis vom Golf 7 gebaut. Der ist Baujahr 2015, Dezember 2015, so wie mein anderer Polo auch. Und wir haben dementsprechend, weil bessere Ausstattung, auch das große Navi vom Golf. Ja, es gibt eigentlich nicht so viel zu sagen. Es ist halt ein GT. Der hat schöne Materialien. Leder viel. Alcantara. Dieter Lenkrad. Hier Leder. Da Leder. Da Leder. Cockpit. Für die, die es interessiert, ist geschäumt. Also, das ist weich. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Aber ich denke schon, dass es auch immer ganz nice ist. Wie gesagt, wir fahren 150 PS im 1200 Kilo schweren Auto. Ich kann euch sagen, das macht richtig Laune. Habt ihr den schon warm gefahren? Erst ein bisschen abgekühlt, wieder 78. Dann fahren wir erstmal ein bisschen, dass der wieder vernünftig warm wird. Ich kann ja ein bisschen was dazu erzählen. Also, ich wollte eigentlich, wollte ich mir ursprünglicherweise, das kann, jetzt kann ich es ja droppen. Das hat ja Kalle schon mal in einem Video angeteasert, dass ich mir ein neues Auto kaufen wollte. Ich wollte mir ursprünglicherweise schon seit vielen Jahren einen Polo RWAC kaufen. Also, quasi das Topmodell vom Polo Baureihe 5 mit 220 PS. Den wollte ich mir aber hauptsächlich kaufen, weil es von dem 2500 Stück nur gibt. Die wurden ja produziert zur VW Rallye damals. Und die haben halt aber auch 220 PS. Und 220 PS in einem Polo sind halt geisteskrank. Weswegen ich den so schön fand, ist halt erstmal natürlich, weil der von innen auch komplett Alcantara ist. Finde ich halt super geil. Weil ich liebe Alcantara. Dann die Leistung natürlich, ist halt geil in einem Polo. Und ich mag es einfach auch, Autos zu fahren, die vielleicht nicht unbedingt immer jeder fährt. Oder die man nicht oft auf der Straße sieht. Das wäre natürlich bei dem RWAC der Fall. Dadurch, dass es den nur 2500 Mal gibt, sieht man den relativ selten. Und hier in der Gegend gibt es einen, den ich ab und zu mal sehe. Und das ist halt aber auch immer der gleiche. Kennzeichen ist natürlich auch immer das gleiche. Also dementsprechend ist es nur von einer Person halt. Ja, der hat auch super Potenzial für Tuning. Also 300 PS macht der locker halt. Weil das ist halt der 2.0 TFSI von VW. Das größte Problem ist natürlich, der RWAC ist relativ wertstabil gewesen über die ganzen Jahre. Ich gucke jetzt bestimmt schon seit dreieinhalb Jahren oder so. Für einen guten RWAC, der nicht verbastelt ist, das musst du natürlich auch erstmal finden. Einer, der nicht schon komplett kaputt getunt ist, weil man ja gerne selber noch was machen möchte. Ist halt einfach sauteuer. Und den zu finden ist halt auch sauschwierig, weil du durch ganz Deutschland musst quasi, um dir einen zu suchen. Weil es davon halt einfach nicht viele gibt. Und da kam dann natürlich noch dazu, erschwert, dass du auch einen finden musst, der relativ wenig gelaufen ist. Weil du kannst dir einen so an dieser 100.000er Marke, kannst du dir halt kaufen, aber selbst dann kosten die halt mal 20.000, wenn nicht sogar 22.000. Wenn du dann halt einen findest, der vielleicht 30.000 gelaufen ist, dann zahlst du halt auch mal 28.000 oder so. In seltenen Fällen findest du immer mal wieder welche, die halt einfach gekauft wurden und da wurden sie einfach in der Garage gestellt und nie gefahren. Die haben dann halt ihre, keine Ahnung, die wollen vielleicht mal eingefahren, haben dann ihre 1.000 Kilometer runter. Ja, und die kosten halt auch 31.000, 32.000. Und das ist halt einfach verdammt viel für einen Polo. Dementsprechend ist es der nicht geworden, sondern es ist der GT geworden. Weil den GT habe ich von einem Kollegen abgekauft. Der hat sich nämlich ein neues Auto gekauft. Dann hat er aus Spaß mich gefragt, ob ich nicht sein GT kaufen möchte. Und ja, dann habe ich überlegt. Und ich habe einen guten Preis, ja doch einen guten Preis bekommen. Und zwar habe ich jetzt für den GT 12.000 bezahlt. Der hat 37.000 runter, also jetzt knapp 38.000, weil ich gestern schon noch ein bisschen gefahren bin. Der ist halt nicht viel bewegt worden. Das ist nicht so, 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 so die Katze im Sack kaufmäßig gewesen, sondern das war auch alles mit Gutachten von dem DEKRA und so. Und der war nochmal, hat nochmal ein Gutachten erstellen lassen, was ich dann auch for free bekommen habe zum Einsehen und alles. Also das ist schon sehr durchdacht gewesen, sehr überlegt gewesen und kein Fehlkauf gewesen oder irgendwie so ein Blindkauf. Oh ja, dann habe ich jetzt den GT gekauft. Quasi den kleinen, der sportlicheren Polos. Aber ich muss sagen, der kann, wenn er will. Also der hat ja nur, ich glaube, 30 PS mehr als der Polo GTI, als auf der Polo 5 Baureihe, wenn ich mich nicht richtig täusche. Also der GTI hat 30 PS mehr. Man rechnet mit so einem Auto nicht, dass der halt so schnell beschleunigen kann, weil der halt einfach nicht so viel wiegt. Und das macht einfach wirklich, wirklich Laune. Also er macht laut Hersteller, also laut VW macht er 0 auf 100 in, boah, das waren es 7,5, 7,8 oder irgendwie sowas. Also unter 8 Sekunden. Das ist natürlich, für den Polo ist das natürlich schon sehr geil. Muss man ja einfach mal so sagen. Also es ist schon, ich sag mal, wenn du den auf der Straße siehst und der ist jetzt optisch von außen, ist ja nicht viel gemacht so. Sieht man dem das nicht unbedingt an, dass der so schnell von der Stelle wegfahren kann. Das ist natürlich auch wieder eine schöne Sache. Ja und wegen der Seltenheit des Autos hatte ich mir den halt besorgt, weil ich sag mal, ich hätte mir vielleicht für 2.000 oder 3.000 Euro mehr, hätte ich mir auch einen GTI besorgen können. Aber der hat dann natürlich keine 38.000 gelaufen. Der ist dann mehr runtergelaufen und da habe ich halt nicht diese Gewissheit, was mit dem Auto vorher war, weil so kenne ich halt den Vorbesitzer. Weiß halt, dass da alles easy eigentlich sein sollte mit dem Auto. Ja und so einen Polo GTI, den siehst du natürlich dann doch immer nochmal öfter als einen GT. Also hier in der Gegend habe ich wirklich sehr selten nur GTs gesehen. Ich würde jetzt nicht sagen seltener als einen RWAC. Schon deutlich weniger als einen GTI, weil, ja, GDIs kriegst du halt, hast halt einen riesen Markt für, sag ich mal. Die kriegst du viel und die kriegst du schnell und günstig, aber den will ich halt gar nicht haben. Ich möchte halt einfach gar keinen GTI fahren, so. Ich möchte halt was anderes haben. Fernab von, ja, hat aber mehr Leistung für ein bisschen mehr Geld. Ja, okay. Das mag sein, aber ich finde GTIs einfach für mich persönlich uninteressant. Deswegen kam der für mich auch einfach nicht in Frage. Deshalb ist es jetzt der GT geworden. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht nach dem Kreise haben wir unser Landsträßchen. Und da können wir ja mal aus dem zweiten Gang raus beschleunigen. Und ich sage, das macht wirklich Laune. Der kann schon gut drücken. 30 kmh raus. Ein bisschen chillen. Hier ist nur 70 kmh. Deswegen bremsen wir jetzt mal wieder runter. Geht gut. Geht gut. Geht wirklich gut. Das macht echt Laune. Ja, ansonsten, was soll ich sagen? Also erst natürlich ein krasses Upgrade zu meinem Daily, sag ich jetzt mal. Zu meinem Diesel-Polo. Einfach, weil die Ausstattung natürlich viel mehr ist. Und die Qualität der Materialien, die verbaut sind, auch einfach viel schicker sind als bei meinem anderen Polo. Der andere Polo ist ja nur ein Trendline. Ist trotzdem geiler Daily, weil der verbraucht nochmal deutlich weniger als er hier. Ist einfach super günstig im Unterhalt. Wobei der jetzt auch nicht teuer ist mit Saisonkennzeichen. Aber als Daily würde ich den halt nicht fahren wollen. Und dafür wäre mir das zu schade, ehrlich gesagt. Deswegen wird er kein Daily, sondern einfach mein Sommerspaß-Auto. So, dann können wir den kleinen Opel oder Mazda, was das ist, gleich mal überholen hier, oder? Ein Opel war es. So, ich würde mal sagen, das geht ziemlich flott für einen Pullover. Der macht schon Spaß. Manchmal muss man sich auch wirklich zurückhalten, weil der wieht halt echt nicht viel. Der kann wirklich schnell, wenn du Gas drückst. Und manchmal muss man sich wirklich zurückhalten. Dass man sich dann einfach so denkt, ja, oh, jetzt ist ein bisschen Piano hier. Weil sonst fährst du gleich auf einmal 130 auf der Landstraße, was wir natürlich nicht wollen. Wir wollen hier unsere öffentliche Straße nicht zur Rennstrecke machen. Dann muss man sich ein bisschen zurückhalten, immer mal wieder. Also, dass man es wirklich nicht übertreibt. Er geht deutlich schneller voran, als man es denkt, würde ich mal so sagen. So, wir können jetzt gleich auch noch mal aus dem vierten Gang raus beschleunigen. Hier kommt gleich noch mal die nächste Landstraße. Das ist ja immer das Schöne bei uns in der Gegend, dass wir so viele Landstraßen hier haben. Wir fahren mal 50 im vierten jetzt und geben dann jetzt mal Gas. 2000 merkst du so, wie der Turbo langsam Lust hat. Und 100. Also, es geht wirklich gut. Es geht wirklich, wirklich gut. Das ist ein Auto, was sparsam und Komfort kann, aber auch einfach mal losfährt. Und einfach mal durchbeschleunigt, wenn man mal den Fuß aufs Gas drückt. Jetzt ist er gerade im Zweizylinder-Modus drin. Das sieht man hier an dem Eco-Symbol. Verbrauch jetzt gerade bei 0 Liter, weil ich kein Gas gebe. Aber es steht dann auch im Zweizylinder-Modus. Und wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe, dann hält er sich im Zweizylinder-Modus halt und hat dann relativ wenig Verbrauch. Wenn ich dann einfach mal Gas gebe, geht er raus aus dem Zweizylinder-Modus und er verbraucht, der Direktverbrauch. Jetzt wird natürlich wieder mehr. Ja, aber das ist relativ cool, weil so bist du relativ sparsam noch unterwegs, ohne dass du wirklich unnötig viel verbrauchst. Mal gucken. Wir sind jetzt im Deutschen des Verbrauch von 5,7 Liter. Das ist ja, für ein 150 PS starkes Auto ist das ja gar nichts halt. Ja, das Fahrwerk ist auch relativ straff, dafür, dass es ein Serienfahrwerk ist. Also es geht schon gut. Für ein serienmäßiges Fahrwerk ist das schon gut straff. Ist auf jeden Fall straffer als bei meinem anderen Polo, das Serienfahrwerk. Der ist auch nochmal, ich glaube 1,5 cm waren es, nochmal tiefer von Werk aus als der normale Polo. Was natürlich auch nochmal ein bisschen was hermacht, aber der ist trotzdem immer noch sauhoch. Also ein anderes Fahrwerk kommt da auf jeden Fall noch rein. Lenkung ist ein bisschen direkter auch, im Vergleich zum anderen. Ansonsten 17 Zoll Felgen, also auch alles easy. Ist erstmal für einen Polo auch ganz nice. Aber der schiebt halt wirklich, ne? Also das war jetzt nicht mal Vollgas, was ich gegeben habe. Und der ist, ah es ist schön, es macht wirklich Spaß. Man muss nicht irgendwie ewig lange am Gas hängen, sondern es ist einfach, ja es geht schon, es geht. Ich glaube, ihr seht jetzt nur die Säule gerade. Aber damit müsst ihr euch abfinden, Mann. Das ist ein schönes Auto für jemand, der sonst immer nur 75 PS gefahren ist. Das ist einfach mal so ein schöner Umstieg. Also das ist ja jetzt mein zweites Auto, mein anderer Polo ist ja mein Erstwagen. Mein erstes Auto, auch nach dem Führerschein. Mein erstes Auto, die habe ich ja jetzt auch schon fünf Jahre. Und es ist ein schöner Umschwung, mal was anderes noch zu haben, was ein bisschen mehr Leistung hat. Beziehungsweise der hat ja jetzt ziemlich genau das Doppelte an Leistung im Vergleich zu dem anderen. Er geht wirklich gut voran. Also es ist immer schwer, das so auf Video rüber zu bringen. Aber ich sage mal, wenn bei einem von euch Interesse an so einem GT steckt, weil er sich vielleicht auch neuen Gebrauchten kaufen möchte mit mehr Leistung. Seht zu, dass wenn ihr Kleinwagen mögt und ihr nichts Größeres braucht, dass ihr irgendwie jemanden findet mit einem GT oder ein Angebot euch reinholt mit einem GT und dem mal Probe fahrt. Weil es macht wirklich Laune. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel Leistung man haben möchte. Aber ich finde bisher 150 PS ist in einem Polo völlig in Ordnung. Ungefähr Kalle fährt ja ein A3 Cabriol S-Line als DSG mit 180 PS. Und der Polo ist, der GT jetzt, der ist relativ gleich schnell. Weil ich glaube, der ist vielleicht ein halbes Sekündchen oder so langsamer. Weiß ich nicht genau. Aber an sich sind die fast gleich schnell. Und du hast halt 150 PS DSG im Vergleich zu 180 PS DSG im Vergleich zu 150 PS Schalter. Dieses Gewicht vom Auto macht einfach sehr viel aus. Das darf man nicht unterschätzen. Also ist für mich eine absolute Kaufempfehlung, dieses Auto. So, dann würde ich sagen, was das mit diesem kleinen Testvideo und mit diesem zu meinem neuen Polo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und falls ihr selber am Überlegen wart, so ein Auto zu fahren oder zu besorgen, dann ist das vielleicht hier ein guter Ratgeber gewesen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in einem anderen Video, in einem nächsten Video. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt gerne einen Kommentar, was ihr von dem GT haltet. Und aktiviert die Glocke. Tschüssi. Humans, what have you learned? Musik 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 Bis zum nächsten Mal.